Hallihallo, heute ist ein super Tag. Seit langer, langer Zeit warten wir darauf, dass wir endlich ein Stück neues Lager bekommen. Ich stehe hier im Hochregallager, hinter mir der Robin. Ach, schau mal, Markus steht da und reibt sich die Hände. Er freut sich, dass das Lager größer wird, dass wir endlich wieder Platz haben, dass wir unser Material unterbringen. Der Robin, der reißt die Wand raus, die Trennwand. Der andere Raum drüben ist soweit fertig, muss noch gestrichen werden, muss noch fertig geputzt werden. Das ist schon noch viel Arbeit, aber demnächst gibt es ein Update. Hey, wir freuen uns, euch allen einen schönen Tag. Markus, gefällt es dir? Ja. Gut, tschüss.